Ich finde es schade, dass man an der Militärmusik anfängt zu sparen, weil ich denke, für Raketen und Klumpen geht man auch Geld raus. Und ich denke, man soll es schon bei Musik erhalten. Musik finde ich schöner, dass man das erhaltet. Von der Rakete und von dem habe ich nichts. Von der Musik, das ist schon mal etwas, was schöner ist.